guten abend hier ist an die 21 ich habe ein neues fußballspiel wie ihr seht 24 manager keine ahnung wie das ist aber die grafik fand ich schon mal ganz gut wurde auch sehr gut gelobt und ich würde mal sagen däumchen hoch abonnieren und nach dem intro geht es gleich los ja 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 So, dann gucken wir mal, Verein erstellen, Vereinsname, oh Gott, gib dich nichts, gib dich nichts, gib dich nichts an, genau, Abzeichen festlegen, oh, also ich bin ja wieso für das, so, das haben wir, ja, das nehmen wir doch, Motiv auf jeden Fall, nein, greif, wir nehmen ja, Motto, ich denke, nicht erneut, oh, geht gar nicht, klebe, mal gucken, lebe jetzt, geht ja auch nicht, guck, wir machen es mal kurz, Motto Farbe, wird dann auch schwarz, so, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, bestätigen, so, Heimatrikot, ich würde sagen, die Ärmel nur, genau, passend dazu, blau, die schwarz, auch, nee, warte mal, so, finde ich das besser, das sieht besser aus, so, und die shorts, ja, was machen wir denn da, nee, bisschen Farbe muss schon sein, und die Socken, nee, passt nicht, oder, ach, den Style hat keiner, und das aussetzt, ach so, gibt es auch noch, ähm, ich würde sagen, das machen wir, die Farbe, so, und so, und die Shorts machen wir auch so, und die Socken, so, haben wir, so, ich würde sagen, sie sind mal fertig, ne, sind zu ähnlich, lalalalalala, welche Farbe nehmen wir denn, nehmen wir die, dazu weiß, shorts, weiß, und Socken wie ein Lila, so, besser, gut, Nationalität, ja, eigentlich bin ich ja Deutsche, hm, aber ich spiele ja lieber Spanisch, da spielt nämlich Real Madrid, das ist jetzt eine schwere, Brasilien ist auch gut, hm, ich glaube, ich bleib bei den Deutschen, obwohl ich lieber Real Madrid gespielt hätte, aber ich bin ja Deutsche, ja, wir können ein Spiel speichern, ich hab noch nicht mal gespielt, aber ich speichere schon mal. Stimmung im Team, aha, die Stimmung. Stimmung im Team, aha, die Stimmung im Team, aha, die Stimmung im Team, aha, die Stimmung auch erhöhen, Zuspruch erhöhen, so, ich glaube, die müssen wir erhöhen, ja, auf jeden Fall, können wir auch erhöhen, können wir auch erhöhen, so, nee, wir gehen jetzt nicht in den Shop, Dynamo Dresden, okay, oha, da bin ich mal gespannt, ein Freundschaftsspiel, das ist ja schon mal sehr gut, ich weiß noch nicht mal, wie ich was zu betätigen habe, aber wie kommt es hin, oh ja, doch, die Kase, die sieht schon richtig gut aus, doch, doch, das sieht gut aus, hm, und das Gute ist, man kann uns auch ganz gut unterscheiden, die Farben, so, wie spiele ich denn jetzt, ja, darf ich ja auch irgendwas machen, Taktik-Übersicht, ja, ist ja schön, aber ich würde auch gern was machen, okay, also ich war am besten gar nicht Bildschirm an, die spielen alleine ohne mich, sieht gut aus, ja, fast ein Tor, ich brauche mich fast, ja, sehr schön, oh, komme ich jetzt auch wieder aufs Spiel, geht ganz schön schnell grad, ja, also sehr schön Matchansicht, Fernseher, Kamera, aha, aha, aber ich dachte, ich dürfte auch schießen, irgendwie mein Ball, warten auf den Höhepunkt, Ballbesitz, ja, sieht gut aus bei Dresden, sieht alles gut aus, da drüben, bei mir sieht es eher so hulala aus, ist ganz schlecht, oh, ich sehe das Spielfeld, obwohl, nein, wir haben es ja geschafft, ja, da steht da drüben, wollte ich grad machen, und das nächste, geil, sehr schön, ach so, hm, also die Grafik ist ja erstmal in Ordnung, ja, ansonsten weiter kann ich noch nicht viel sagen, weil ich gucke grad nur zu, wie hier Tore und wie sie schießen und alles da und dran, aber mehr auch nicht, ich selber spiele jetzt grad irgendwie gar nicht, ich gucke nur zu, hm, also das ist das vorherige Fußballspiel, was ich schon mal hatte, da konnte ich wenigstens selber spielen, aber vielleicht klappt es ja noch, dass ich auch selber spielen muss, hier, so, haben wir ihn gemacht zum Oberspringen, und ein Tor, yeah, ich freue mich, auch wenn ich es nicht selber machen durfte, aber yeah, wir haben schon zwei Tore, so, dann werden wir mal überspringen, ja, okay, oh, oh, haltet ihn bloß auf, er darf kein Tor machen, nein, 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 oh, 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 okay, so überspringen gut jetzt kommt der ersatzspieler und man ja nicht schnappt aber spielte auch gleich vorbei aber trotzdem bei den namen besser aus mit pässe und schüsse und alles kommen kann ja da war es heute wieder mal ein mann frei klasse und da war aber jetzt weitermachen möchte sie noch mal spielen ich muss jetzt den trainer machen immer mal so ein bisschen hauptfragen weiß ich gar nicht, hätte ich überhaupt einen Bart? oh ne, wir lassen es, ich sehe es schon äh, ne Huberkörper hm ich würde sagen, normales Unterhändrecht oder ein Poli, ne plus eine andere Farbe hätte ich mir eher gewünscht oder nur ein Hemd wir nehmen das wir nehmen das so Schuhe bräuchten wir auch Hose ist wohl egal ja, nehmen wir natürlich die die passen ja besser dazu, ne Haare 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 ohne Oh Gott ich glaub ja ich glaub ja ich glaub ja ja, ne die Haare nehmen als das was gibt's auch was gibt's denn für als das was, als das so eine Mütze oder so ein Tuch ne ne wir lassen es Hose wie wohl da haben wir ja nur sowas hm ich glaub wir nehmen Jeans ne ich glaub wir nehmen gleich die erste ja, die sieht gut aus der erste Nationalität natürlich nehmen wir die Deutschen ah ne das Belgien wo ist ein Deutsch 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 heißt übersehen B B B B B B B B bin ich jetzt blind hier gibt's ja wirklich fast alles da das haben wir das haben wir das haben wir das haben wir wenn wir die blinde Hose sind und ich finde es gerade nicht Ach da, Mensch, ich habe schon besucht Deutschland die ganze Zeit. Sag ja schon, blind ist uns mit Unkohol. Bestätigt, kein Manager-Typ ausgewählt. Wie soll man sich danach von Typen auswählen? Entsperrt, Startkonto-Stand, Begibensspiele, Trainingsleiter. Gut, habe ich ausgesucht, bitteschön. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Deutschland-Tor, oder? Aber ich hoffe, für Bargeld. Wählen Sie ein Investor. Ich nehme das einfach eine Mitte. Wird schon irgendwas. Oh Gott. Ich muss mich auch erstmal reinfuchsen, einfuhrern. Aha. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich will jetzt eigentlich gar nichts kaufen. Ich würde eigentlich spielen. Ich hoffe, ich darf jetzt selber spielen. Nicht, dass es wieder automatisch alles geht und ich nur zugucken darf. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal hier nachrichten. Ich nehme das einsehchen lassen. Ich nehme das einsehchen. Ich nehme das hinsehchen. Ich nehme das hinsehchen. Mhm. das muss ja auch noch reichen genau so haben wir noch ein paar haben aber da wurde mir nicht angezeigt wir gucken gegen wiesbaden auf jeden fall ist das stadion gut voll hört sich gut an ach so ja okay also das muss ich noch irgendwie herausfinden oder jemand anders kann es mir dann sagen wie man sich das spiel angucken kann live übertragen ohne dass ich mir immer irgendwelche punkte angucken muss von oben die statistik über sich weil sehr schön dass er welt zu spielen so halbzeit ist bald und das erste tor ist immer noch nicht uns jetzt in die erste ein spielfeld coole sache am besten nimmt ihnen bei ab genau das gibt es nicht ja so ist es wenn man nicht mitgehen kann sondern nur zugucken kann ja da muss ich mir noch mal belesen muss dann gehen dass man selber spielen kann das spiel hier gut haben wir uns jetzt angeguckt übersicht hier passiert auch noch oder doch hat es jetzt doch was geklappt oder passiert jetzt was an da liegt ihn auf dem boden da kommt die musen wenn man über seine eigenen füße stolpert ich gehe noch mal auf übersicht ne passiert auch nichts naja halbzeit ne also spieler rollen schön anweisungen kann ich selber spielen spieler die kanäle strategie anweisungen ich möchte selber spielen einstellungen match markierung highlight spielgeschwindigkeit das ist gut wenn es schnell geht spieler das ist eine gute sache das ist eine gute sache naja mal gucken ob man vielleicht wenig ich noch ein 1 zu 1 bekommt ja schuldigung war zu lang lang schuldigung war zu lang lang schuldigung schuldigung ja also sieht so aus als würde ich so kein tor unsere mannschaft bekommen erhalten ich sehe nur gelbe karten zwei stück schon mal ich hoffe da kommt eben noch ein roter schuldigung kein stoß aber ich glaube das nützt ja noch nichts mehr schuldigung ich bin jetzt überhaupt ein paar punkte nur ein paar sch Simpsons sch Ward sch schlicht schuldigung 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 vielleicht training erst mal machen damit ich überhaupt ein gefühl bekommen oder darf ich dann auch nicht spielen vier wochen nicht schlecht wir können auch gleich abschließen hier machen egal schon alt und grau so und denken jetzt üben damit ich irgendwas will gewinnen ich würde sagen erst mal überhaupt ach so ja Ich bin fertig mit dieser Wanderung und Leben. Nur noch ein poorer Mann, der in den Maniac. Das ist der Maniac style. Das Ort ist gut. Unsere Team ist viel stärker. Wir können es größer, wie lange wir uns zusammenhalten. Nice, Gold. Das ist unsere Hoffnung. Aha, okay. Okay. So, meine Lieben. Ich drücke, es wurde nicht verfügbar. Achso, nee, ich wollte eigentlich auch zurück. Aber gut. So, meine Lieben, ich hoffe, das reicht erst mal. Ich muss erst mal, wie ihr merkt, erst mal zurechtkommen. Ich hoffe, dass ich noch irgendwie was finde, damit man selber spielen darf und dass es nicht automatisch geht. Und dass man vielleicht, wenn ein Spiel ist, auch ein bisschen mehr Spiel sehen darf. Spielfeld, außer die kleinen Pünktchen, die sich da bewegen die ganze Zeit. und wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.